Willkommen auf dem Gestüt Appenriede. Seit Juli 2011 ist das Gestüt Appenriede in den Händen von Markus Stiekema. Getreu dem Motto Aufzucht, Pension, Hengstation begleiten wir Ihre Fohlen von der Geburt bis zum Chöraspiranten oder einem ausgebildeten Turnierpferd. Für Ihr Pferd nur das Beste. Getreu diesem Motto bieten wir den Pferden ein Höchstmaß an Fürsorge und Zuneigung. Eine eigene Hengstation rundet das Spektrum auf Gestüt Appenriede ab. So stellten wir 2012 den Sieger der Sattelkörung beim Springferde-Zuchtverband Allmuth International. Wie das unverwechselbare Klima. Rau aber herzlich. Eben typisch norddeutsch. Mittendrin in der norddeutschen Tiefebene liegt das Gestüt Appenriede. In der Nähe Bremens zwischen Habstedt und Wildeshausen. Saftiges Grün und Weiden bis zum Horizont. Die Landschaft ist prädestiniert für Pferdezucht. Mit modernsten Maschinen, langjähriger Erfahrung und dem nötigen Fingerspitzengefühl kümmern wir uns um das Wohl Ihrer Pferde. Den Pensionspferden stehen 50 helle und freundliche Einzelboxen zur Verfügung. Auf mehrere Ställe verteilt gibt es für jedes Pferd die richtige Unterbringung. Eine helle Reithalle, Spring- und Dressurplätze auf Sand und Rasen und eine Führanlage bieten beste Trainingsbedingungen. Nach dem Training freuen sich die Pferde über eine erfrischende Dusche auf unserem Waschplatz und anschließend auf die wohlige Wärme unter dem Solarium. Unsere Deckstation erfüllt alle nach EU-Richtlinien gestellten Anforderungen. Arondierte 80 Hektar Grün stehen den Gestüts- und Pensionsferden und der kleinen Limousinherde für ausgiebigen Auslauf und reichlich Futter zur Verfügung. Ein weiterer Eckpfeiler des Gestütes ist die Zucht und Pflege unserer eigenen Limousinherde. Ein Gestüts-Eigener, fast 3000 Pfund schwerer Zuchtbulle, Europasieger im Jahr 2007, sorgt für reichlich Nachwuchs. Limousinkühe arrangieren sich sehr gut mit den Pferden, sodass sie gemeinsam artgerecht aufwachsen. Altersentsprechend bilden wir Pferde für zukünftige Aufgaben aus und bereiten sie behutsam auf den Turniersport vor. Campus, ein Nachkomme des Holsteiner Stempelhengstes Kalido aus einer Macho-Mutter, war unter anderem Finalist auf dem Bundeschampionat in Warendorf. Cum Laude, Nachkomme des Cayetano L. aus einer Pilotmutter, war Vizeweltmeister und erfolgreichstes deutsches 6-jähriges Springpferd unter Joachim Heyer im Jahr 2011. EuroCommerce Berlin, abstammend von Cassini 1, Marc Caritino, war Mannschaftsweltmeister in Aachen im Jahr 2006. Er ist bereits zu Lebzeiten eine unvergessliche Sportlegende. Bucato, ein Staccato-Literat-Nachkomme, ist ohne Zweifel eines der erfolgreichsten Springpferde der vergangenen Jahre. So gewann er unter anderem die großen Preise von Hagen, Salzburg und Dresden. Tornesch, ein Sohn des Lux aus einer liberer Mutter, platzierte sich an vorderer Stelle im Weltcup-Finale 2010 und 2011 und ist Olympiateilnehmer in London 2012. Auch Tornesch stammt aus eigener Aufzucht von Markus Stiekemer. Mit dem Dressurspitzen-Hengst Greenboy, einem Vivaldi-Nachkomme aus einer Ferromutter, runden wir unser Hengst-Angebot stilvoll ab. Dieser schwarze Edelrappe wusste bereits durch seinen ersten Fohlenjagern zu überzeugen. Wir würden uns freuen, Sie auf unserem Gestüt begrüßen zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017